Herzlich Willkommen zu einer weiteren Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Heute dreht sich alles um den Lippenaufbau natürlich und hier sieht man schön, wie die Behandlung stattfindet und da kann man sich auch, denke ich mal, ein gutes Bild von machen. Hier wird jetzt noch einmal die Unterlippe behandelt und damit haben wir ein schönes und natürliches, nicht künstliches Ergebnis und können uns zufrieden verabschieden.